Da sind wir wieder, bei der nächsten Folge. Jetzt spielen wir ja die Imperialen. Kampf müsste schon einen kurzen Moment im Gang sein. Habe noch was nachgeschaut vorher. Achso, ich verhiese jedes Mal, dass ich hier Skip gedrückt habe. Ich habe einen. Wo ist der Krieg gekommen? Die Gefahr bei dir! Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ah, schau, der ging nicht auf meine Kappe. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir könnten eigentlich mal irgendwie... Ich würde gerne mal einen TIE Fighter fliegen wieder. Erzähl euch mal, was mich daran stören tut. Das Spiel ist echt lustig, es macht wirklich Spaß. Aber ihr habt ja schon in der ersten Folge, glaube ich, was gehört. Wie ich. Mist. Wie ich gesagt habe, dass wir fliegen, komisch ist. Wieso drücke ich eigentlich immer? Ich brauche die TASTE Neue Drück zu halten. Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Ich will einen AT-AT, ich will einen AT-AT. Wie geil ist das denn? Jetzt komme ich. Hahaha. Wie geil ist das, bitte. Leute. Ja, jetzt komme ich, Leute. Warte. 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 Nicht mit mir an. Warte. Wir haben uns mit mir. Das ist ja langweilig, ey. Super. Oh, ist das nice, Leute. Jetzt weiß ich, wie die alle ihre Abschüsse hinkriegen. Oh, schießt mir meinen eigenen Jäger ab hier. Oh, was jetzt? Ist der Marsch? Ja, ist der Marsch. Oh, schießt mir. Oh, schießt mir. Keep the rebels back. Our AT-AT won't be exposed for long. Oh, schießt mir. 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 Das ist ja nicht ungefähr, was ich eins sagen kann. Die werden AT-AT haben. Leute, 12 Abschlüsse. Das ist doch mal obergeil. Also, werden wir uns mal die nächste Krallen hier. Zwei Dinger, drei Dinger. Ein TIE Fighter? Nehmen wir mal einen TIE Fighter. Dann könnt ihr mal sehen, was ich die ganze Zeit meine. Weil, das ist das, was... Ich hoffe, dass EA... Ah, schon zerbrochen. So ein Mist. Hier? Ein Bloader. Achso. Boah, beide dort. Drei Tote. Ist doch mal nice, ey. Schreibt mir doch mal eure Kommentare drunter, was ihr so von dem Spiel bisher haltet. Oder ob es euch zu actionreich ist, zu wenig Star Wars-mäßig was ist. oder ob es euch daran stören tut. Würde mich mal ehrlich gesagt sehr interessieren. Und vor allem, was ihr von der Grafik haltet. So, und jetzt können wir... Jetzt könnt ihr gleich sehen, was ich meine. Oh, super. Jetzt. Oh, super. Ich hab ja gewusst, dass da ein Niner ist. Aber ich glaube, dass ihr kriegt das noch so hin. So, ich zeig euch jetzt. Ich glaube, ich den TIE Fighter... Ach, den halt nicht mehr zur Verfügung? Gut, also der Rest bleibt. Achso, das war ne Blase. So, und mit aller Gewalt suche ich hier einen TIE Fighter, damit ich euch zeigen kann, was ich so meine. Und ich finde keinen TIE Fighter. So, ein Rotz. Schade. Schade. Scheiße, ich finde eine doofe Mumä hier. Oh, der Eingang da hinten. So ein Mist. Ja, mal schauen, was mal rauskommt. Achso, ich verhiss es jedes Mal. Oh, der Eingang da hinten. 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 Soll ich der Zeit zeigen gleich? Wehe, du klaust mir der Ding. Blaster-Kanone, cool. Oh, der Eingang da hinten. 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 Joder ist wieder was, was ich einsammeln kann, an meiner Kanone. Scheint immer dieselben Punkte zu haben. Ist der Global Zweigner? Ne, hat er ihn gemacht. Ah, Mist. Kann nicht sein, wie gegen den Schädelschießers da, der immer noch steht. Ah, Mann! Oh! Wie mir da die Teile liegen hier. Ich sehe immer noch die Teile. Was ist denn ein Teil? Was haben wir? Wie mein Hero? Ne. Gut, Victory. Hm. Hm. Bis 5 geht es ja wohl nur. Aber 14 Abschlüsse dafür sind zu viele Tore. So gut wie ich eigentlich schon unterwegs war. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer derselbe Spruch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch ein...